Du hast das Thema Rückstellungen noch nicht so ganz verstanden? Hier zeigen dir Bibi und Bill OnPoint erstens den Unterschied zwischen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Zweitens erklären sie dir, wann du eine Rückstellung bilden darfst oder sogar musst. Und drittens lernst du direkt anhand von Beispielen, wie du Rückstellungen einbuchst bzw. bei Inanspruchnahme wieder ausbuchst. Also Bibi und Bill Action! Du, Bill, wie war das nochmal mit Rückstellungen? Die sind doch irgendwie Verbindlichkeiten und doch keine. Bibi, an das Thema Rückstellungen erinnerst du dich wohl nicht mehr so ganz. Sag mir doch zunächst nochmal, wo Schulden in der Bilanz stehen. Na, auf der Passivseite natürlich. Genau, Schulden stehen auf der Passivseite und können grundsätzlich anhand des Grades ihrer Sicher- bzw. Unsicherheit unterteilt werden. Sichere Schulden sind Verbindlichkeiten, wie beispielsweise Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung oder dein Bankkredit. Eben als längerfristige Verbindlichkeit gegenüber deiner Bank. Die stehen also ganz sicher dem Grunde und der Höhe nach fest. Ja, ich bin leider auch ziemlich sicher, dass ich diese Schulden habe. Wenn Schulden jedoch in Grund und oder Höhe nicht sicher sind, handelt es sich nicht um eine Verbindlichkeit, sondern um eine Rückstellung. Diese sind in § 249 HGB geregelt. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Bei Rückstellungen weiß ich also entweder nicht, wie hoch meine künftigen Auszahlungen sein werden oder ob ich überhaupt tatsächlich mal etwas zahlen muss. Exakt korrekt. Erfüllt ein Sachverhalt bestimmte Voraussetzungen, so muss eine Rückstellung gebildet werden. Und was sind das für Voraussetzungen? Nun ja, erstens muss eine sogenannte Außenverpflichtung, also eine Verpflichtung des Nice Creams gegenüber fremden Dritten vorliegen. Zweitens muss diese Verpflichtung zum Stichtag ungewiss hinsichtlich des Grundes oder der Höhe sein. Drittens muss die Ursache für die Verpflichtung im laufenden Geschäftsjahr passiert sein, denn das Thema Rückstellungen ist gerade in Bezug auf die Periodenabgrenzung super wichtig. Wir müssen den Aufwand nämlich stets in dem Jahr erfassen, in dem er verursacht wurde. Viertens muss es wahrscheinlich sein, dass diese Verpflichtung tatsächlich auftreten wird und du somit die gebildete Rückstellung in Anspruch nehmen wirst. Der fünfte Punkt ist erstmal nicht relevant, das erkläre ich dir später einmal. Okay, aber Bill, dem liegen ja ganz schön viele Ungewissheiten und Wahrscheinlichkeiten zugrunde. Wieso kann man das denn nicht einfach als Verbindlichkeit erfassen, sobald man weiß, ob oder wie viel man tatsächlich zahlen muss? Dann könnte man sich dieses ganze Herumgerate und die Mutmaßungen doch sparen. Da hast du zwar recht, Rückstellungen unterliegen tatsächlich einem gewissen Ermessens- und Schätzspielraum von uns Bilanzierern, aber ja, wir müssen das tun, denn zum einen wollen wir die Aufwendungen in der richtigen ursächlichen Periode haben und zum anderen sind wir ja, wie du weißt, besonders vorsichtig. Ach, immer diese Vorsicht. Wo steht das denn überhaupt genau im Gesetz? Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze für Schulden sind in Paragraf 252 Absatz 1 Nummer 4 HGB kodifiziert. Hier ist das sogenannte Imparitätsprinzip ein wichtiges Stichwort. Das habe ich dir ja bereits erklärt. Ja, bitte fang nicht nochmal damit an. Kannst du mir lieber ein konkretes Beispiel für Rückstellungen geben? Was sind das denn so für ökonomische Sachverhalte, für die man Rückstellungen bilden muss? Boah, Bibi, also Beispiele gibt es da unzählige. Führt beispielsweise ein Unternehmen einen Gerichtsprozess im aktuellen Geschäftsjahr, aber es steht noch nicht fest, ob es diesen Prozess gewinnen wird, beziehungsweise in welcher genauen Höhe dann bei Verfahrensausgang Kosten anfallen werden, so muss eine Rückstellung gebildet werden. Es gibt aber auch Steuerrückstellungen, Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, also Rechnungen, die sich auf das laufende Geschäftsjahr beziehen, aber die einfach zum Stichtag noch nicht eingetroffen sind. Die Möglichkeiten sind da wirklich endlos. Ja, endlos nervig vielleicht, aber sei es drum. Wie würde ich denn eine Rückstellung überhaupt einbuchen? Rückstellungen stehen ja auf der Passivseite, also buche ich Rückstellungen im Haben ein. Aber was buche ich im Soll? Clever kombiniert. Kleiner Tipp, es besteht die Pflicht zum aufwandswirksamen Ansatz von Rückstellungen. Aha, eine Aufwandsbuchung steht also im Soll. Das heißt, um vorsichtig zu sein, müssen diese künftigen Auszahlungen in Form einer Rückstellung heute bereits als Aufwand erfasst werden, auch wenn noch keine konkrete Zahlungsverpflichtung vorliegt. Ja, genau. Sehr gut, Bibi. Nehmen wir mal beispielhaft an. Wir hätten einen Gerichtsprozess und uns droht eine Schadensersatzzahlung von 1000 Euro. Ich würde also im Soll einen Aufwand buchen. Beispielsweise lautet dann der Buchungssatz Aufwand aus Rückstellungsverpflichtung an Rückstellungen, richtig? Genau. Jetzt müssten wir nur noch klären, in welcher Höhe die Rückstellung gebucht wird. Die Rückstellungshöhe in einer Punktlandung exakt zu erfassen, ist meist nicht so einfach, da sie ja naturgemäß per Definition oft der Höhe nach ungewiss sind. Ja, na toll. Und jetzt? Keine Panik auf der Titanic. Wir können sie nach bestem Wissen und Gewissen schätzen. Die Bewertung von Rückstellungen hat mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag zu erfolgen. In unserem Fall der Schadenszahlung wären das also die 1000 Euro. Fun Fact, es gibt außerdem noch gemäß § 253 Absatz 2 HGB ein sogenanntes Abzinsungsgebot für Rückstellungen, bei denen der Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme mehr als ein Jahr beträgt. Ja, von wegen Fun Fact, das klingt ja übel. Erzähl mir lieber, was zu dem Zeitpunkt passiert, wenn der Gerichtsprozess beendet wäre und tatsächlich Zahlungen fällig werden würden. Muss ich dann nochmal Aufwand buchen? Nein, eben nicht. Das ist ja eben genau der Sinn und Zweck einer Rückstellung. Wir buchen jetzt schon einmal die Rückstellung, damit wir sie aufwandswirksam in der richtigen Periode erfassen, nämlich in der Periode, in der die Ursache der künftigen Auszahlung entstanden ist. Okay, verstehe. Und wenn dann beispielsweise der Prozess entschieden ist? Ja, dann gäbe es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir verlieren und müssen die 1000 Euro zahlen, dann buchst du eine sogenannte Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgsneutral. Du buchst also nur innerhalb der Bilanz. Rückstellung 1000 Euro an Bank, 1000 Euro. Die GUV wird nicht mehr berührt. Den Aufwand hatten wir ja damals periodengerecht bereits eingebucht. Deshalb erfolgsneutral. Und wenn wir gewinnen würden? Ja. Wenn wir überraschenderweise doch gewinnen oder du weniger als erwartet zahlen müsstest, dann würdest du diese Rückstellung komplett oder teilweise auflösen. Das machst du dann ertragswirksam, weil du die Rückstellung zunächst ja auch aufwandswirksam eingebucht hast. Also gilt auch hier die Faustregel, was aufwandswirksam reingegangen ist, geht ertragswirksam wieder raus. Wenn wir also den Prozess gewinnen würden und nichts zahlen müssen, dann würden wir buchen Rückstellungen 1000 Euro an Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1000 Euro. Okay, das ist dann also ein überraschender Ertrag. Den erfasse ich dann unter den sonstigen Erträgen, weil ich eben damit nicht gerechnet habe. Exakt korrekt, liebe Bibi. Eine freudige Überraschung. Du findest das Video exakt korrekt? Dann lass uns einen Like da.